Yo, spontaner Videodreh, bevor ich zur Oma Rosita gehe. Da vorne ist die Universität und die Bibliothek. Gebt euch das. Auf meinem Sessel höre ich Melodien im Loop. Diese Thüringer Brut musst du nicht im Brühlergarten suchen. Ich vernasche eine Wickhüllerflasche und finde darauf einen Substantiv rein wie Fritz Büchner Straße. Keine Ahnung von nix, aber das hier geht fix. Nenn mich Cobra Keim, ich hat die Web-Schlange im Griff. Von meinem Fenster aus betrachte ich das leuchtende Emblem von Rewe. Während ich erneut mit mir selbst rede, lasse ich mich fallen in die Sessellehne, um meine Zettel durchzugehen. Weder mag ich zu kaltes noch zu sonniges Wetter. Ich bin jemand, der mit Depressionen zu kämpfen hat. Ansonsten kämpfe ich an gegen Cannabis. Das letzte Mal rückfällig wurde ich am 7. Dezember 2020 an. Alle minderjährigen Ohren, Finger weg von Drogen, auch wenn eure Vorbilder damit posen.